Wie ist die Bevölkerungszahl in Deutschland? Alexa, wie ist die geschätzte Bevölkerungszahl 2025 in Deutschland? Folgendes habe ich im Web gefunden und übersetzt. Laut OrlandoSentinel.com, zu diesem Zeitpunkt würde sich die Bevölkerung auf 22,93 Millionen belaufen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Wie kann das sein, dass die geschätzte Bevölkerungszahl sich in Deutschland drastisch reduziert? Denkt da mal drüber nach. Und da sind sie scheinbar. Untertitelung des ZDF, 2020